Wie hole ich meine Kunden emotional am besten ab? Die Frage stellt man sich natürlich immer. Und Fuchs Schmierstoffe hat das Ganze mit einem stereoskopischen 3D-Film beantwortet. Und die zeigen diesen Film, die Reise des Öls, auf dieser VR-Virtual-Reality-Brille und setzen sie aktuell ein bei Großkunden, also im Gespräch, das Ganze etwas emotionaler rüberzubringen, wofür man steht. Also die Leistung und die Leidenschaft. In dem Fall die Reise des Öls von der Quelle zur Raffinerie, übers Labor, zum Einsatzgebiet. Und da kann man natürlich nochmal genauer reingucken, wie das Ganze aussieht. Ich gucke mich ja auch nochmal um im Labor. Perfekt. Also das heißt, innerhalb von weniger als zwei Minuten kriegt man die Leistung und die Leidenschaft vom eigenen Unternehmen für die Produkte, die man hat, richtig auf den Punkt erzählt. Und vor allen Dingen durch die stereoskopische Wahrnehmung, also wirklich den 3D-Effekt, den man hier im Film hat, wird man richtig in die Szenerie reingezogen. Und das ist natürlich dann, was in Erinnerung bleibt. Und das will man ja. Und das ist natürlich unten... Und das ist wirklichTreffen. Und den Punkt follow. Und das ist toll. Ich glaube, ich glaube, es ist ein anderes System. Ich glaube, ich glaube, es darf man vielleicht nicht mehr nicht mehrrum, oder wenn man hier in deinem Leben sieht. Vielen Dank.